Hallo, heute schaue ich mir wieder einen alten Spieltitel an. Mit Tony and Friends in Kellogg's Land handelt es sich um ein Spiel für den Commodore Amiga. Das Ganze ist 1994 erschienen, ist neben dem Amiga auch für den IBM PC umgesetzt und wurde von Factor 5 im Auftrag von Rauser entwickelt. Wer das Spiel als Original beziehen wollte, konnte es für kleines Geld direkt vom namensgebenden Frühstücksflockenhersteller bestellen. Da es sich um ein Werbespiel handelt, welches als Sharewaretitel vertrieben wurde, konntet ihr das Spiel legal an Freunde überspielen. Um den Werbeeffekt noch einmal zu erhöhen, hat das Spiel einen sogar explizit dazu aufgerufen, dieses zu tun. Kellogg's Land ist ein waschechtes Jump'n'Run, jedoch ist das Level-Design nicht geradlinig aufgebaut. Zwar ist das reine Ziel, den Ausgang in jedem Level zu finden, doch auf direkten Weg ist dieser oftmals nicht zu erreichen. Zum einen stellen sich euch verschiedene, zunächst nicht bezwingbare Hindernisse in den Weg oder Plattformen, die scheinbar nicht zu erreichen sind. Zum anderen gibt es Türen, die farbig markierte Türschlösser haben und nicht direkt aufgehen wollen. Zum Glück helfen euch dabei die verschiedenen Maskottchen des Lebensmittelherstellers. Diese besitzen Fähigkeiten, die euch helfen werden, Hindernisse zu überwinden und Plattformen zu erreichen. So ist es möglich, mit dem ein oder anderen Maskottchen zu rennen, zu tauchen, zu klettern oder zu fliegen. Um die farbigen Schlösser aufzubekommen, müsst ihr den passenden Schlüssel finden. Diese findet ihr in der Regel aber nicht auf dem normalen Weg, sondern ihr müsst die Level gut erkunden, verschiedene Türen durchqueren, mal in einer Nische danach suchen oder auch mal hoch in die Lüfte steigen. Auf der Suche danach werdet ihr dabei viele Frühstücksflocken finden, die ihr einsammeln könnt. Außerdem werdet ihr an versteckten Orten auch Vitamine finden. Am Ende eines Levels werden diese gesammelten Items dann in Punkte oder Leben umgewandelt. Es schadet also nicht alles mitzunehmen, was euch über den Weg läuft. Angelehnt an die Maskottchen sind die Level in verschiedene Themenwelten aufgeteilt. Habt ihr einen Abschnitt abgeschlossen, wartet noch ein Endkicken auf euch, den ihr am Ende der Welt besiegen müsst. Habt ihr diesen überstanden, geht es weiter in die nächste Welt. Tony & Friends in Kellogg's Land ist ein kleiner, netter Plattformer, der solide Jump'n'Run-Kost mit sich bringt. Die Level laden dabei zum Erkunden ein und ihr werdet ein paar Stunden unterhalten, bevor ihr das Ende zu sehen bekommt. Die verschiedenen Fähigkeiten der Maskottchen sorgen dabei für Abwechslung. Hinzu kommt, dass die Figuren nett animiert sind und ihr Vorlagen aus der Werbewelt gerecht werden. Das Spiel erfindet das Rad zwar nicht neu und ein Speicher- oder Passwortsystem fehlt komplett. Aber wenn ihr damit leben könnt, dass es sich mehr als eindeutig um eine Werbung für bekannte Frühstücksflocken handelt, habt ihr einen kurzweiligen Plattformer vor euch, der euch durchaus Spaß machen kann. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren!